Die Geschichte, sie schreibt sich nicht von allein, drum hör mir zu. Bei nichts zu verlieren war die Idee dahinter, dass man, also eigentlich war unsere Idee, dass man als Gruppe zusammensteht, was weiß ich, bei einer Fußball-WM und dieses Fest so mitnimmt und feiert. Und ich kann mich noch an die Fußball-WM erinnern, da haben wir auf unserem Balkon gefeiert und haben wirklich so Gas gegeben und es war einfach so ein Gemeinschaftsgefühl. Und dass man zusammen an dem Tag einfach nichts zu verlieren hat, dass alles total perfekt ist und dass es genau so sein soll. Und das war eigentlich die Idee dahinter. Also, liebe Fußball-Fans, das ist euer Song.